Herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil unserer Interviewserie zum Thema Inkasso. Mein Name ist Josef Studer, ich bin bei der ACAD als Dozent tätig und bei mir ist der Herr Raul Eggeli, der sich sehr gut auskennt im Bereich des Inkasso-Wesens. Was ist Ihr Hintergrund? Josef Studer, ich bin Präsident der Kreditreform dieser Organisation, die den Gläubigen hilft, zu ihrem Geld zu kommen, durch Erbringung von Inkasso-Leistungen, also genau Unterstützung in diesem Bereich, oder eben Verluste durch Bonitätsinformationen zu vermeiden. Das ist das grosse Thema. Kein Gläubiger will ja einen Verlust haben. Was für Massnahmen kann ein Unternehmen ergreifen, damit es dann auch keine solche Verluste gibt? Man hat das Gefühl, dass Inkasso- oder Kredit- und Debitatorenmanagement, wie man das auch nennen kann, nur im Bereich der Finanzen angesiedelt ist. Das ist nicht der Fall, es fängt viel früher an. Also es begleitet eigentlich das Unternehmen auf der ganzen Wertschöpfungskette. Und zuerst ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Ausbildung zu betreiben, weil es ist ein Spezialgesetz, das EKG, da muss man sich kennen, da gibt es Fristen, die laufen, die wir nicht verpassen dürfen, also Spezialwissen, was notwendig ist. Aber auch im Obligationenrecht, Vertragsrecht gibt es viele Stolpersteine. Die zu kennen, wissen, wie weit man gehen kann, was man selber wachen möchte und wo man einen Spezialisten braucht. Und für das ist, und das glaube ich wichtig, laufende Weiterbildung eine ganz wichtige Komponente. Jetzt etwas Spezielles, sollte man gleich noch wissen, auch wenn man einen Spezialisten beiziehen kann. Aber eines wäre noch wichtig für die Unternehmungen, nämlich was Ende 2016 wird es sein. Was ist das? Am 1. Januar 1997 ist das EKG, also das Schuldbetriebungs- und Konkursgesetze, revidiert worden. Und genau auf diesen Zeitpunkt hin hat man die Verjörung der Verlustschi eingeführt. Das heisst, neu, also neu ab dem Zeitpunkt, verjören die Verlustschi nach 20 Jahren. Und jetzt, wenn man das ausrechnet tut, ist klar, also am 1. Januar 2017 verjören die ersten Verlustschi. Also genau in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar. Und wenn man auf die Uhr schauen tut, da hat man nicht mehr so viel Zeit. Die Unternehmen sind jetzt gefordert, nicht nur die Unternehmen, aber auch die öffentliche Hand zu schauen, wo muss ich noch was machen, zu beurteilen, wo sich lohnt, und dann zu entscheiden, für Massnahmen sind notwendig, um zu schauen, dass die Verjährung nicht eingetreten tut und es gibt nur eine Möglichkeit, die Verjährung unterbrochen werden. Und das abzuschätzen, das ist jetzt die Aufgabe des Unternehmens. Im Moment gehört man auch relativ viel von Big Data. Ist das auch etwas, die eine Rolle im Inkasso-Wesen spielen könnte? Informationen spielen heute überall eine wichtige Rolle im ganzen Bereich. Wenn man sieht, wie die Informationen, die ich am Anfang will, zum Prüfen von der Bonität, dass eben Verlust gar nicht erst entsteht, aber auch nachher, wenn ein Unternehmen grössere Volumen von Fällen hat, dann noch herabzuschätzen, ja, lohnt es sich jetzt, eine Massnahme zu ergreifen. Ich sage immer, in dieser Situation sollte man am schlechten Geld nicht noch Gutes nachwerfen, weil wir alle Inkassomassnahmen zu einer Forderung durchsetzen, die sind nicht ganz günstig. Betreibungskosten, Kastenforschüsse usw., die man leisten muss. Und dazu braucht es Informationen, die man dieser Entscheidung zu grundlegend tut. Herr Regeli, vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Das war der vierte und letzte Teil unserer Serie. Die anderen drei sind auch interessant. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Begrüßung, Kastenforschüsse usw. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020